Um die Show für sie und ihr, die Menschen so angenehm wie möglich verlaufen zu lassen, bieten wir sie, die folgenden Regeln zu erachten. Diese Regeln dienen ihrer Sicherheit und dienen ihren Sitznachbarn und garantieren einen komfortablen und sicheren Verlauf dieser Show. Wir sind in Termezzo, wir sind aus Holland und wir finden es sehr schön, dass ihr diesen Film guckt. Ich bin Clemens, mein Name ist Chirip, mein Name ist Müllerin und ich bin Walter. Eskimo Pussies Michael, eskimo Pussies Michael, so cold, so cold, really cold, really cold, I got a real taste of me, ah! Normally the full name is with the E and stuff, we took out some vowels, just because it's easier that way, we thought. We did auditions, but nobody who did the audition got in, so afterwards we thought, okay, there's nobody else, so let's just check the waters we know. So, and that's the group you're looking at right now, we're friends, sort of. So, it's pop, it's world music, it's classic, it's, I don't know, it's like, it's pretty all round, all vocals. Some junk percussion, some small percussion, some junk percussion, some junk percussion, some junk percussion, some small percussion. The forest people do join. You will be where you can sing, your troubles are all the same, you are the one that everybody knows. They come. They speak in a different language. They show up. They show up. They show up. In Holland, it's much more difficult to let them show up, and the a cappella culture here is far more bigger than in Holland. It's sickly baby, cause she couldn't afford to feed her, and with so many people too long. September, my cousin tried to breathe before the very first time. Now it's doing hoarse. It's June. We've got some surprises coming, so we can talk about that. Und dann haben wir noch ein paar hidden Sachen in der Posit, so ich kann sie verraten. Wir haben ein secretes Show kommen, so ich kann darüber sprechen. Und auch ein secretes Sachen, so wir können darüber sprechen. Und wir machen auch individuelles Sachen, aber wir können sie nicht darüber diskutieren. Nein. Ja. Ja.